Der Oktopus ist der klassische Backup-Automaten im Sporttauchen. Warum gibt es dazu Alternativen? Wo liegen die Vorteile, wenn man von diesem System weggeht? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support, eurem Tauchshop in München und natürlich auch online unter divesupport.de. Heute geht es mir im Video darum, warum wir im technischen Tauchen oder auch im ambitionierten Sporttauchen, man muss sagen, ich würde fast sagen im Wingtauchen, warum auch immer. Leute, die Wingtauchen beschäftigen sich auch immer gerne mit diesen anderen Dingen noch drum rum. Drum ist jetzt nicht so die Grenze Sporttauchen, ja, nein, sondern letztendlich, warum macht ihr da etwas anderes? Was ist hier die Lösung? Um das geht es mir heute im Video. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr die Glocke anmacht. Dann können wir euch immer gleich informieren, wenn neue Videos rauskommen. Der klassische Oktopus ist ja meistens dieser gelber Schlauch, den man dann hinten an der ersten Stufe befestigt hat. Einen gelben Schlauch, meistens auch noch ein gelber Automat, eine gelbe zweite Stufe vorne dran. Und das ist das Signal, das ist der Backup-Automat, das ist der Oktopus für den anderen Taucher. Wie wird es in der Praxis gemacht? Der Backup-Automat, also sprich der Oktopus, der sitzt irgendwo, meistens kommt er auch von rechts, sitzt dann auf der rechten Seite. Manchen bauen ihn sich auch von links, dass er links runterläuft. Aber er wird versucht, irgendwie zu befestigen. Dazu gibt es manchmal so kleine Steckdinger, wo man den Schlauch reinsteckt und dann so Plastikdinger, wo man den Schlauch reinstecken kann und dann mit einem Karabiner hier irgendwo an seiner Ausrüstung befestigt. Es gibt auch Varianten, wo man das Mundstück vorne in so einen Halter reinsteckt, aber auch der Halter wird wieder irgendwo angeklipst oder manche Jacket-Hersteller haben auch nochmal so eine Führung auf der Seite mit Klettverschluss, wo ich dann diesen Schlauch einklemmen kann, damit der ein bisschen sauberer geführt ist und schön ein bisschen am Körper anlegt. Also das sind jetzt so die Möglichkeiten, wie man so einen klassischen Oktopus verstaut, die mir gerade so einfallen. Was aber der Nachteil ist, dass bei allen diesen Dingen, mal vielleicht abgesehen von dieser Variante, wo es ins Mundstück gesteckt wird, hängt der Automat meistens irgendwie überall. Also mit dieser seitlichen Befestigung oder mit diesem Klicksding hängt der Schlauch, der die zweite Stufe schon irgendwie deutlich unter einem herum und dann kann es schnell passieren, dass ihr mit dieser zweiten Stufe am Boden entlang schrammt, dass sich das Ganze löst, dass man hier so zusammengeklickst hat. Das kann natürlich auch oder passiert sehr gerne bei diesen Dingen, wo es nur mit dem Mundstück drin ist. Das löst sich dann und ihr merkt es wahrscheinlich gar nicht, dann wird dieser Oktopus hinter euch hergezogen und durch den Schlamm gezogen, was auf der einen Seite dazu führt, dass natürlich Schlamm aufgewirbelt wird, was für die anderen Taucher nicht so schön ist. Aber was das Hauptproblem ist, ihr sammelt natürlich auch Unmengen Schlamm und Dreck in eurer zweiten Stufe und das soll ja dann der Automat sein nach der Idee, die der Taucher bekommt, der gerade aus einer Ohne-Luft-Situation heraus nach Luft sucht. So ist ja die Idee, der Ohne-Luft-Taucher meldet sich bei euch oder nimmt euch diesen Oktopus dann aus der Halterung und soll den zum Atmen verwenden. Meistens sind diese Schläuche auch sehr kurz gehalten, um die 90 Zentimeter ist da so der Standard und damit ist er natürlich länger wie der normale Standardschlauch, der irgendwas um die 70, 75 Zentimeter ist. Aber er ist doch sehr, sehr kurz, wenn man im Prinzip, ja wenn man sich denkt, dass ja der Taucher mir gegenüber ist, er ist ja nicht, es ist ja nicht bei mir am Körper, so wie das mit dem Hauptautomaten der Fall ist. Oftmals wird dann dafür auch noch ein billiger Automat verwendet, der soll dann auch nicht viel kosten, braucht man ja eh nicht. Bloß wenn man ihn braucht, ist es halt schon schön, wenn man auch hier auf einen hochwertigen Automaten wechseln kann. Also ihr seht schon, diese ganze Oktopus-Geschichte ist nicht so wirklich benutzerfreundlich und auch vor allen Dingen nicht benutzerfreundlich für den, der in einer Stresssituation, in einer Ohne-Luft-Situation wirklich braucht. Aus unserer Sicht heraus, aus unserer Idee heraus, wird dieser Taucher, dieser betroffene Taucher von einer Ohne-Luft-Situation, der wird auch nicht anfangen an eurer Ausrüstung zu suchen, wo er denn jetzt den richtigen Automaten, den Oktopus findet, sondern er wird dahin gehen, wo er sich ganz sicher sein kann, dass Luft rauskommt und das ist der Automat, den ihr im Mund habt. Da sieht er, der Automat funktioniert, den will ich haben, da kann ich mein Gas herbekommen. Und jetzt sind wir auch bei dem Grund, warum machen wir das Ganze hier ein bisschen anders. Ich habe hier ein Doppelgerät stehen, das jetzt so aufgebaut ist mit zwei getrennten ersten Stufen und dann hier einer Longhouse, was ja so immer dieses Mysterium ist. Also hier eine Longhouse und dann noch ein kleiner, ein zweiter Automat hier an einem sehr kurzen Schlauch. Die Idee des Ganzen ist, dass ihr Standard oder ja, ihr atmet im Regelfall aus eurem Hauptautomaten hier am langen Schlauch. Dieser lange Schlauch ist dann 2,10 Meter im Idealfall lang, es geht aber auch 1,50 Meter, gerade beim Monogeräthauchen nimmt man gern 1,50 Meter. Da brauche ich mir nicht so viele Gedanken machen, wie ich den Schlauch dann am besten aufräume, da können wir dann separat nochmal drauf eingehen. Beim 1,50 Meter Schlauch, der läuft hier unten schön unter der Achsel durch, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Habe aber trotzdem einen 60 Zentimeter längeren Schlauch, wie bei einem klassischen Oktopus. Das hat natürlich den Vorteil, dass hier in einer Stresssituation denjenigen, der ja jetzt Gas hat, vielleicht sich Gas gerade geholt hat, hier ein bisschen noch panisch ist, dass der weg ist. Ihr habt beide Platze, ihr habt mit 1,50 Meter oder gar 2,10 Meter sehr, sehr viel Platz, dass ihr euch wieder sammeln könnt, dass ihr alles wieder in Ordnung bringen könnt. Jeder kann ein bisschen nachtarieren, was ja dann in so einer Situation auch gern mal ein Problem ist. Insofern blockiert ihr euch nicht gegenseitig, wie bei so einem 90 Zentimeter Schlauch, wo man ja auch sagt, man soll sich dann gegenseitig festhalten oder irgend so was. Jeder ist dann blockiert, keiner kann mehr seine Ausrüstung richtig bedienen und das habt ihr natürlich nicht, wenn ihr hier durch den langen Schlauch deutlich voneinander getrennt seid. Jetzt bin ich ein bisschen davon abgekommen, die erste Stufe, der Hauptautomat ist eben dieser lange Schlauch und der Hauptautomat, den trage ich dann auch im Mund. Also aus dem atme ich ganz normal in der Standardsituation. Wenn jetzt mein Tauchpartner, wie beschrieben, Luft von mir braucht, dann nimmt er sich oder wird diesen Automaten hier aus dem Mund nehmen oder wird ihn aus dem Mund reißen und dann ist er sich sicher, er hat Gas. Ich habe ja gerade noch bequem von meinem Automaten geatmet und für mich ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn ich auf einmal kein Gas mehr habe. Der andere hat schon eine deutlich längere Zeit ohne Gas auskommen müssen. Selbst wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich eigentlich gerade einschnaufen möchte, habe ich trotzdem immer noch nicht so lange ohne Gas aushalten müssen wie der andere. Und nachdem mir ja dann der zweite Automat hier um den Hals hängt, kann ich den einfach nehmen und kann ihn in den Mund stecken und habe sofort wieder Gas bei mir. Und nachdem dieser Automat hier um den Hals hängt, kann es mir auch nicht passiert sein, dass der vorher durch den Schlamm gezogen wurde und jetzt statt Gas eigentlich nur noch Kieselsteine rauskommen. Also das ist die Situation. Ich habe diesen Automat und mein Kunde, also mein Kollege, der Gas von mir braucht, der kriegt dann auch diesen Automaten. Wenn ich den Taucher kommen sehe, wenn der mir signalisiert, er braucht Gas von mir, wenn ich das mitbekomme, also wenn es nicht überraschend ist, ist es natürlich umso besser. Dann nehme ich einfach hier diesen Automaten aus dem Mund und biete ihn meinem Tauchpartner an, sodass der hier bequem das Mundstück dann übernehmen kann und sofort ist der Schlauch auch frei und kann dann eben hier mit dem Gas zurechtkommen, während ich hier meinen Backup-Automaten gleichzeitig mit der zweiten Hand einfach in den Mund schiebe und das ist halt der große Vorteil. Jetzt lasst uns das hier nochmal kurz ausprobieren. Jetzt wird sich das hier bewegen. Ich trage ja hier in der Standardsituation den Automaten hier so um den Hals. So ist ja die Idee. Ist jetzt ein bisschen schwer hier im Video. Ich kann jetzt schwer hier davor gehen. Aber hier haben wir so den Automaten im Mund. Wir tragen ihn hier um den Hals und jetzt, wenn er rausgezogen wird, dann löst sich der ganz von alleine das Ganze. Der Schlauch, der um den Hals hängt, da verknotet sich nichts. Der rutscht dann hinten über den Kopf weg und mein Partner hat das Gas. Also auch wenn ich überrascht werde. Wenn ich eben, wie gesagt, nicht überrascht werde, kann ich den Automaten so nehmen und hier meinen Partner anbieten, damit er gleich hier los kann. Und wie gesagt, der zweite Automat, der eigentliche Backup-Automat, der hängt hier, wie man hier schön sehen kann, um den Hals. Und man muss ihn dann hier nur nehmen und muss ihn sich reinstecken. Also eine ganz einfache Situation. Und es kann eben nicht sein, dass der Automat vorher schon in Dreck gelandet ist und hier Probleme macht. Also ihr seht, diese Variante mit Longhouse-Backup-Automaten, um den Hals zu tauchen, ist viel, viel eleganter und hat sehr, sehr viele Vorteile gegenüber der klassischen Octopus-Variante. Und ihr könnt das mit jedem Jacket machen. Es ist nicht so, dass ihr dazu ein Wing-Jacket braucht. Wenn ihr den 1,50 Meter Schlauch nehmt, wie ich gerade gesagt habe, dann geht das hier unter der Achsel durch. Dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob das jetzt ein ADV-Jacket oder ein Wing-Jacket ist. Funktioniert hier genauso. Und es spielt auch keine Rolle, ob ihr hier oben zwei getrennte erste Stufen habt oder ob alles an einer ersten Stufe ist. Auch dann funktioniert es problemlos, wenn ihr eben mit einer Longhouse und einem kurzen Backup-Automaten, also einem Backup-Automaten an einem kurzen Schlauch arbeitet. Ich kann es nur empfehlen. Aus meiner Sicht ist es die bessere Variante. Aber besprecht euch natürlich hier auch mit eurem Tauchlehrer, was der davon hält, was der empfiehlt, wie ihr damit umgehen solltet. Und wenn ihr noch Fragen habt, natürlich gerne unten in den Kommentaren, dann können wir hier auch noch ein bisschen drüber diskutieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst uns einen Daumen hoch da, lasst uns ein Abo da, bleibt noch ein bisschen auf unserem Kanal, schaut andere Videos und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.